so und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft ja so wir haben jetzt hier schon einiges abgetragen von unserer hülle so jetzt habe ich mir überlegt damit mal ein bisschen mehr ich hoffe es zumindest ein bisschen mehr action hier passiert haben wir mal die monster eingeschaltet mal gucken ob die baller bürren sich hier drin verirren oder auch nicht ich weiß es ja noch nicht aber jetzt müssen wir hier noch ein bisschen abtragen weil wir sind leider noch nicht weit genug mit der breite nein das machen wir ja nicht so das machen wir mit unserer so blüpp 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 wir haben auch direkt mal raus so jetzt machen wir das mal eben hier weg damit war das mal ein bisschen platz kriegen warum ist hier nicht so viel kies sagen's kommt ja gar keiner so jetzt machen wir das mal eben jetzt fällt der ganze kies natürlich von oben runter und das macht das macht gar nicht so ja jetzt machen wir das hier auch noch schnell weg wohin gehen war erst mal bis hierhin so dann machen wir jetzt mal eine reihe weiter durch damit wir hier mal langsam anfangen können mal ein bisschen was zu bauen ich wollte jetzt ja nicht 120 folgen abtragen irgendwas ist da oben da kommen runter du kleines freiklenkchen dann hau ich dir ein popo wo ist er denn hier ist irgendwo ein skelett ich hab's gehört ein spackoskelett komm her du dann zupfe ich dir die letzten dinge aus da wo bist du wo ist er denn ein verpüppsch wo ist er denn ich höre was das ist ein geist hallo da oben oh ein creeper spacko so ein spasti ich glaub's ja wohl nicht da oben und enderman und tschüss wir gehen lalalala schnell ins helle lalalala ich glaub das lassen wir lieber mal so ein krüppel nicht habe ich mich doch vertan war gar kein creeper war ein zombie ein spacken zombie egal so jetzt werden wir hier mal äh ja wo kommen ja es irgendwo kommen sie ich höre sie die ganze zeit aber es kommt keiner war ja kommt mal schön hier runter ja gib jetzt ein paar vor die hohle murmel so wir werden uns da jetzt mal nicht von beirren lassen und werden mal unsere höhle schön verbreitern überschön alles im auge behalten so so jetzt sind wir ja schon mal wieder warte warte das müssen wir auch noch mitnehmen so so wir nehmen jetzt mal unsere dann geht das ein bisschen schneller das dauert ja ewigkeiten sonst so so wow das geht ja wie hoho alter das ist ja der hammer okay wir sind schon am ende angekommen wir ein bisschen einsammeln so hier haben wir auch noch blüb 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 so was machen wir jetzt jetzt müssen wir noch glaube ich noch einen breiter war das ne war das noch ein breiter ja ah oh scheiße wo kam der denn her alter glück gehabt hohohoho boah der hat uns aber boah hab ich mich hab ich mich jetzt erschrocken so ein so ein spacken ey so jetzt müssen wir mal gucken äh das ist schon nicht schlecht hier aber irgendwie gefällt mir das mit der Höhe nicht so richtig weil da können wir nicht das bauen was ich eigentlich vor hatte ne nehmen wir mal eben blüb da 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 mal eben ein wenig höher bauen ah die kommen bestimmt von hier die spacken so werden wir den jetzt mal hier ein bisschen den weg abschneiden so machen wir das hier auch mal weg so zack 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 ja auf einmal schön alles runter wir holen uns das gleich so so hervorragend hervorragend ja den nehmen wir auch mal am besten noch da weg ne sieht kacke aus ok so dann machen wir das hier auch noch schnell weg so zack zack so das geht ja mal gucken wie weit können wir oh du du oh da sind ja die ah die xp warte warte ich komme ok ja das sieht schon besser aus hier das können wir schon mal von der Höhe so auf jeden Fall lassen oh hier liegt so viel rum flütsche flütsche flütsch das nehmen wir uns jetzt alles mit so jetzt wollen wir mal gucken ob das so passt wie ich mir das vorgestellt habe wir bauen mal eben ein bisschen was so so mal gucken so das wären dann eins zwei blöcke frei ok 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 so 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 jetzt gucken wir mal ganz schnell so jetzt machen wir das mal eben fertig so so zack 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 so 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 jetzt müssen wir das nur richtig machen und so Und dann Tone Sprung! Okay. So, jetzt machen wir das mal eben so. Und dann drrrt, 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 drrrt. So, da, da. Jawohl, dann hätten wir da unsere Mauer. Flutschi, flutschi, flutschi. Dann würde ich sagen, ja, das können wir dann hinterher hier noch zu machen. Ne, ja, machen wir einfach. Machen wir. Oh, scheiße, was habe ich denn gesagt? Oh, der hat hier die... Ey, der Penner hat die Mauer weggesprengt. Wo ist denn unsere Mauer? Hier müssen wir eben Mauern machen. Umblick. So, Entschuldigung. Tuff. So. Hat er die Mauern da weggemacht, ey, Spacko. Ich glaub's ja wohl nicht, ey. Scheiß Creeper. So. Jetzt fehlte, ich hab ja irgendwas gesehen, irgendwas fehlte hier. Ja, genau, da fehlt uns noch das Ding. So, und da machen wir auch noch zu. Dann läuft man da nicht immer vor. Genau, dann haben wir hier schon mal ein Tor. Mit so einer schönen Mauer. Mit so einer schönen Mauer. Dann kommen wir hier schon mal prima rein. Und hier... ...werden wir wohl noch weiter wegbauen müssen. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie weit wir überhaupt können, aber... Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich glaub, wir sollten mal was essen. So, holen wir uns mal eben zwei Möhren in den Kopf. Okay, dann gehen wir jetzt mal eben nach oben. Keine Gegner in Sicht. Was ist ja öde hier. Was soll denn der Scheiß? Also wir müssen hier auf jeden Fall das noch wegbauen. Zumindest bis hier oben hin. Wow, das ist viel Arbeit. Viel Arbeit. Und wir brauchen ein bisschen Licht. So, tun wir mal die Steine so lange weg. Ein bisschen Licht. Damit wir auch sehen, was wir machen. So. Okay. So, dann hauen wir das jetzt erstmal hier weg. So, bis dahin können wir auf jeden Fall bauen. So. Dann hauen wir das so weit rein. Ja, das ist okay. Ich denke, das ist ganz okay. So. Ja, das war jetzt wieder Kacka. Aber okay, so. Müssen wir da oben wieder einen reinsetzen. Pflüpp. Ja, Alter, haben wir mal keinen Scheiß hier. Ich muss da einen reinsetzen. So. Oh, danke. Jetzt versuchen wir nur die Lampe wieder. Blödsch. So, die machen wir jetzt da ran. So. Jetzt müssen wir das hier wegzimmern. So, damit wir das bauen können, was ich hier noch vorhabe. Das fährt jetzt natürlich alles runter, schön. Und wir müssen mal gucken, wie weit kann man da rüber. So. Okay, das geht doch ganz gut. So. So, dann haben wir das auch. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Tut mir leid. Jetzt müssen wir das auf jeden Fall noch hier weg machen. Das machen wir jetzt eben hier mit. So, jetzt nehmen wir mal unsere. Tück, tück. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ja, doch, wir müssen noch einen weiter. So, genau so. Also, drei Stück nach innen noch weiter. Au. Boah, du Spasti. Ich glaub das nicht. Da schießt er uns ab. Wo ist der Kasperle? Boah, so ein Penner. Habt ihr das gesehen? Da schießt er uns von oben ab? Du kleine Sackratte. Ich glaub's ja. Boah, da krieg ich ja die Pimpernellen. Komm hier hin, du. Dann gib jetzt aber einen vor die Glocke. Du super Schwachkopf. Wo hat denn der geschossen? Ich glaube doch. Komm hier hin, du. Oh, scheiße. Hilfe. Enderman is coming. Wow. Glück gehabt. Ja, mach dich vom Acker, du Spackene. So, den Enderman haben wir erstmal in die Wüste geschickt. Hahaha. Kleine Pestbeule. Ich glaub das alles nicht. Hey, da steht man da auf dem Gerüst. Da kriegt man da einen vor den Hals gezimmert. Jetzt muss ich das alles wieder abtragen. Super. Nee, super. So, dann bauen wir den jetzt hier auf. Und hoffen mal, dass jetzt nicht wieder so ein Spacko kommt. Und ich würde trotzdem gerne mal wissen, von wo der geschossen hat. Der kleine... Ach, da hinten ist ein Creeper. Aha. Gut, der kommt hier schon mal nicht dran. Hehe. Kannst du vergessen, mein Freund, ey. Jetzt machen wir das schnell weg hier. Und dann hauen wir dem Creeper ein paar vor die Hohle Murmel, ey. Da kommt er. Ja, komm runter. Komm, komm. Kleine Pestparzelle. P-P-P-Pazelle. P-Pazelle. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier noch ein bisschen wegkriegen. Wir sind ja in unserem Flow. Voll gestört worden. Weil Mr. Keine Ahnung wer. Meinte, er müsste uns mal eben in den Hintern schießen. So, ein Stückchen können wir noch. So. So, das hauen wir auf jeden Fall jetzt noch hier weg. Und dann müsste es eigentlich erstmal gut sein, dass wir hier vorne schon mal bauen könnten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist ja wieder alles Kaka, was ich hier gemacht habe, ne? Oder? Ist das Kaka? Ne, 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 das ist nicht Kaka. Das ist Gute. Okay, jetzt gehen wir erstmal nach unten. So, und sammeln ein. Komm, Creepy. Komm runter. Den nehmen wir noch mit. Komm schon. Sollen wir den mal ärgern? Komm, wir ärgern den mal. Das geht natürlich nicht. So, nur mal gucken. Ah, da ist er. So, den haben wir erstmal in die Luft gesprengt. Dann brauchen wir da schon mal nicht abzubauen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Was wir bis jetzt hier gemacht haben. Aber. Das reicht mir nicht. Das reicht nicht. Weil ich hab da was ganz anderes vor. Und deswegen müssen wir mal schauen, wie wir das dann hinkriegen. Okay. Aber sonst ist das schon ganz gut hier. Ja. Mal gucken noch mehr. Boah, wir haben keinen Platz mehr. Wir müssten uns mal eben eine Kiste machen. So. So. Äh, ja. Wir haben einen Bogen gekriegt. So. Plupp. So, die Kiste eben schnell hier hin. So. Du. 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 So. Das soll es dann für heute erstmal sein. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn wir so ein paar Creeper-Platt kloppen. Okay, bis dann. Tschaui.